um also die reise zu büscherregale immer größer sie hier ist nicht was sie nicht zu bilden hoch auf so weit es ist nicht schon hier ich habe das finde ich es sehr 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 der Herr ich wiederholt er kommt der Witz jetzt ist das Problem der Witz ich bin 50 spritzig das von mir wird sich fritzig hier ist das zuvor ich habe zu sehen das ist nicht von dir ab Sascha du hast es von Scrubs Max hey nein gar nicht aber es ist sonst ja ausgedacht nee ich kenne diese Wörter schon also ich also ne ich also du bist nur Homo warum klingst du jetzt auf das da auf das da weißt du was du bist du bist ein Homo Sabier oh oh das ist Mensch ich weiß trotzdem trotzdem was trotzdem bist du einer oh 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 der hat dich gesessen also Sascha ist kein Homo Sabier Sascha ist unbekannt oh nein Pascal jetzt hast du mich echt hart getroffen nee weil die beiden ja wenn du nicht wenn du dauernd neben mir stehst und mich dauernd hart triffst also sag ich ja jetzt hör mal auf damit das ist eklig hier passt keiner jetzt langsam du bist ja kein bisschen mehr ich weiß du willst trotzdem weiter machen wo kann ich jetzt meinen Zaubertisch bauen also würdest du nicht extra Raum dafür bauen oder so doch okay mein Raum ist billig gemacht wird dazu der Raum ist der billigste Raum den ich hier gesehen hab Dankeschön war ja auch billig hat mir nicht viel gekostet das hat gesessen das hat gesessen und was kann er bei uns deutlich echt hart also ja muss ich aufpassen sagen die sind heute okay wer hat die meisten Bücherregale du nicht und ich glaube nicht einer von euch doch eine Enderfestung findet es gibt aber einige auf der Karte ja aber es ist ja unwahrscheinlich dass er eine Finde war verdammt ich hab wieder keine ich hab keine Angst ich hab deine Axt sehr gut wo ist Kies hier ist Kies du brauchst aber kein Böbelhaus manchmal mal mit dem Weg zu mir du es gibt auch noch gute Orte wo man einen Weg hinbauen kann also zu Sascha schon mal nicht gerade habe ich wie voll die Realität verdrängt und jetzt mir klar geworden dass wir gerade in einer Aufnahme sind ähm okay das ist echt komisch ist komisch ich weiß ich kann mir auch vor Mars noch und was ist schön das ist schöne Planeten schöne Planeten es ist es ist Inkompetenz Inkompetenz nicht drunter machen du musst jetzt nicht wegen meiner Inkompetenz nicht drunter machen also ich drunter machen genau mach weiter es könnte sich mal für echt in Inkompetenz 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 du kannst deine Kontinents so nie können kontrollieren wer ist bei mir und baut was ab der Bär ich nicht ich habe hier gerade irgendwas geöffnet wo ich mal was abgebaut habe Halluzinationen ja da kann auch sein es ist zu viel Joints und so natürlich rauche ich nicht rauchensböse ja er kippt nur rauchen ja genau kippt was zum rauchen böse ja nicht es macht böse Krankheiten ja das ist ein Romo ich höre Ton oder heißt es Lehm weiß ich nicht wie es wie kann man das nennen ich habe keine Ahnung wie es gerade heißt auf jeden Fall ich habe es gefunden Ton oder Lehm eins von beiden ne Ton machst du doch erst da raus stimmt aber man macht doch Lehm Ziegel dann wieder da raus ne doch ne ach keine Ahnung ne frage Notch er wird zu wissen ich kann von meinem Inventar gucken es heißt Lehm ruf mal an Notch an ist das eine Privatnummer noch? ich bin deine Privatnummer du willst mich nicht mehr als Handy ach so deswegen rufst du dich mehr an ach du äh deswegen rufst du dich mehr an ja das kann nützlich etwas so lol ernsthaft pfff warum häftest du Sascha hat wohl gerade einige technische Fühlichkeiten wir entschuldigen ihn nicht was soll die die scheiße jetzt ja das würde ich nicht entschuldigen was denn ja das würde ich nicht entschuldigen ja was ist denn mein Minecraft mein Minecraft denkt gerade es geht jetzt einfach mal zu ja das ist inkompetent das hat nichts mit inkompetent zu tun das stimmt das hat was mit deinem Rechner zu tun du hast mit deinem Rechner 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 normal oder du sagst PC passt kein sagt Rechner Tafel Rechner man kann doch dazu auch Rechner sagen oder? was? nein Rechner du bist voll old school äh du bist voll new school oha haupte bis zum Glück voll gut drauf ne ich bin immer gut drauf sie sind aber heute mal wirklich hammerhart und vom Hammer hart ich komm schon mal können wir schlafen gehen können wir machen also ich kann gern schlafen gehen die Hand ich geh nicht gern schlafen mehr also ich schon ich glaube ich ziehe mich jetzt aus um masturbieren ich liege ich liege auch aber bitte mit äh mit Webkern ok ok das macht kein Spaß Livestrip also darfst du mir das ja einfügen im Video oder willst du das nicht? das mach ich dann immer in einem Singleplayer ach so cool dann mach mal den Singleplayer hier ich wills sehen besonders der wills richtig sehen oder? er ist schüchtern jetzt sind wir ja fast schon eine Stunde auch und wir nehmen die Stunde auch oder? ne fast oder? weiß ich auch nicht genau ich würde jetzt gerne sagen schreib's in die Kommentare wo ihr solltet die Zuschauer das wissen sie gucken sie alle Folgen an bis jetzt also von einer neuen Aufnahme aus ne ich weiß nicht ob die neue Aufnahme in einem alten Paar zusammenkommt das glaub ich aber nicht trotzdem merken sie wenn wir die Aufnahme stoppen machen ja okay schon aber dann haben sie nicht grad einen Zeitmesser an der Hand um die Zeit zu messen oder? ja bis wenn sie jetzt machen und dann alle Folgen zurück nochmal angucken ja von mir aus können sie es auch machen also von mir aus müssen sie es nicht machen ich glaube sie würden es nicht mehr machen ja wer würde es schon machen dann wird zu viel langweilig aus Sascha du das stimmt nicht du bist ne homo 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 ich bin principles ich bin wild du bist eine die sind richtig Ficken gegen gegen die jährige das Haus er macht es nicht wieder zu ich weiß mein Gott denn was noch gar nicht im Postkreis noch gar nicht rauswerfen das ist eine Lüge du bist ein Homo du bist ein Homo du bist zwei Homo-Homos du bist drei Homo-Sapier du bist kein Homo-Sapier oh oh du bist ein Homo-Sapier ne Andertalus du bist ein Homo-Sapien-Römer nein ich bin Homo-Sapier Homo-Sapier also ein Homo-Sapier Homo-Sapier ja das bedeutet menschen normal so unsere Rasse jetzt sind unsere Rasse haha wie bist du uns denn ich bin immer lustig du bist Homo was bin ich ein Homo was bin ich was kann ich dritte mal gleich so richtig sterben in deine Fresse nein er muss aber zu mir auf Klo kommen hahaha wie gefällt mir dieses Haus nicht ich hab mich irgendwie scheiße gebaut du bist scheiße ach schlauze ja mich verbaut scheiße du bist scheiße kompetent du bist ingratzt und keine Ahnung ob auch grad scheiße nir was ingratzt wer ist ingratzt 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 Gael ist Wopper interessant nö eigentlich nicht doch so ich kann sagen er sagt zehn Stunden später interessant ist Marien die was hat seine inkompetente damit zu tun und die Kulte die die so gut du bist hoch jetzt schwer verletzt nö ich bin wirklich aber das war erst mal nachweis kann es ja versuchen nachzuweisen also ich war es ist sich nicht so mann ich muss es nicht machen ist es nicht so genau das genau das meine ich muss ich habe es gar nicht verstanden was du ihm gesagt hast weil ich auf dich geachtet habe Monifold und die Möchel 6 in der Welt der Schuss des Schausses du bist scheiße misst Kaka das Kaka in der Hose du bist raus und so trefft und schießt man er ist halt auch gespruchs das ist aber das ist so wichtig die rumgeweist kann die spartig umgeweist kann was kann der feuer ist auch so das sage ich jetzt nicht ich jetzt die Ausmachung ich hätte mich einfach mal ein bisschen wenn du die Aufnahme ruinieren willst ich hab die bitte noch ein bisschen lustiger wenn sie komplett gelöscht ist oder was nein wenn ich die wenn ich den PC hacke weil ich die Aufnahme definitiv nicht lösen doch ich aber was bringt dir das schlau Pascal ist schlau das macht auch Sinn es ist der KM Haus ich hab den Namen schickt die Kompetentheit ich sehe die Töte zu sehen als ob man nur zu dir gibt es bloß zu machen also ich bin aber bei Sascha er nicht bei dir ein Sport bei einem Sport hier heute wieder kommen wir mal hoch okay ich komme zeug dir was dagegen ist okay okay Ali ich komme ich komme hier rein ja ich komme rein das ist das geil oh krass krasse Haus ich hab angefangen meine Lager zu bauen Klassbrüter weg Klassbrüter und das ist das große scheiß so weißt du ich kann doch auch langsam in die Hölle so ne was soll ich auch so äh die die Klaus da und so ne ich genug Obsidian haben ja wallah ja wallah 20 wallah baut auch bei dir haus ja ich bin äh ich bin ich gerade dabei also ich ähm erst Bauern hier ähm Prozent Zaubertüche und dann nicht Bauern hier du du verstehst er wolla wallah 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 du verstehst so Achmed und dann wir machen gehen wo und okay auch mit Achmed ist auch mit geklärt und wallah wallah baut dann heide die Woller heute so heute noch nicht so aus ich bin stinkst ich bin aber die Bärta stinkst es ist das ist nicht du stehst verpiss dich ich bin doch die Bärta es ist scheiße Kosen oder mit Sascha Kostrom mitnehmen heute ich bin ich bin schön wie gleich fertig und war auch noch auf der ersten Ort und weiter Lohn hat die Fresse wir haben die Hälfte es ist das was ich dir gesagt habe ja es ist ein schönes Haus wo bist du so, bist du auch unter Homepartner und so? Heide? aber, mach Heide, mach Heide aber, Heide, ich will nur zeigen ach so Heide ey, nicht weg rein, Heide komm her yeah, ich leck dich in mein Ass oh yeah mein zweiter Mann